Windows 10 Windows 10 hat vielleicht einige Probleme, wie wir das im letzten Jahr erlebt haben. Dieses Hallo, schön, dass Sie da sind, zahlreiche großartige Features warten auf Sie, gehört wahrscheinlich zu den Momenten, wo man am Rechner sitzt und sich denkt, warum glaubt das System, dort fünf Minuten rum zu rocken und keiner weiß, was da passiert. Es werden schöne bunte Bilder reingeblendet. Und ich saß irgendwie letztes Jahr mal kurz vor so einem System, schaute ihm wieder zu und hatte dieses WTF halt direkt im Kopf, was auch ein bisschen dazu führt, dass das What the, was auch immer, ein gebräuchlicher Begriff aus einem Windows 7 Deployment ist, das ich mit Iggy erlebt habe. Wir waren nämlich zusammen das WTF-Team, weil wir doch des Öfteren geflucht haben, wobei wir haben es umgebaut auf Windows Task Force. Und jetzt stehen wir halt vor der Idee, ich habe mir gedacht, was auch immer, Windows 10 Fails oder auch vielleicht Windows 10 Fails. Also vielleicht sind es doch mehrere Probleme, die wir haben mit dem System. Und ich habe einfach mal geschaut, so durch die Netze oder auch auf meine eigenen Systeme, was mir zurzeit eigentlich an Windows 10 ja wirklich missfällt und wo ich einfach ein Problem mit habe. Ich habe hier, glaube ich, noch einen Werbeslide, dass wir wissen, wer uns heute hier bezahlt und wer hier für das Essen gesorgt hat. Das sollte auch nicht unerwähnt bleiben. Wenn ihr zum Kunden geht zurzeit, was ist wirklich das Killer Feature von Windows 10? Was ist das, wo jeder Kunde sagt, geil, muss ich haben die Hütte, ich schmeiße mein ganzes Windows 7 raus, will ich nicht mehr haben, ich mache jetzt Windows 10. Was ist das Argument dafür? Es war umsonst. Nein, es war umsonst. Support für Windows 7 läuft noch bis 2022 oder so was? Oder ach, nee, weit. 2020 und dann 2022. Also das heißt, da haben wir noch locker Zeit. Es gibt im Moment, glaube ich, für Windows 10 kein Argument. Also es gibt diese ganze große Roadmap für Windows 10, wo Microsoft auch wahnsinnig viel getan hat in Bezug auf Authentifizierungsmechanismen auf Basis von Parse-Hash-Geschichten kam das ganze Credential Guard hinzu, dann haben wir noch, ich sage jetzt mal, Device Guard und andere Sicherheitsfunktionen, die natürlich wieder nur in der Enterprise-Version verfügbar sind. Aber es ist eigentlich kein, ich sage mal, echtes Argument für Windows 10 zurzeit im Unternehmen, wenn ich bei meinen Kunden zurzeit war und gerade beim klassischen Mittelständler, der, ich sage jetzt mal, mit OEM-Lizenzen daherkam, da war das Argument, das Zeug ist umsonst. Ich muss dafür nichts bezahlen. Es war Update-free bis zum 29. Juli, das Thema habt ihr jetzt verpasst, wenn ihr euch denkt, das machen wir nochmal. Also das Thema ist durch. Aber das war eigentlich so das Argument auch im ganzen Bekanntenkreis. Kennt ihr das, wenn Papa euch fragt, soll ich jetzt auf Update drücken? Und ihr habt gesagt, ja, warum? Ist umsonst. Und mit dieser Deployment-Strategie, die Microsoft da uns ins Netz gebracht hat, haben sie halt geglaubt, dass sie binnen Jahresfrist auf eine Milliarde installierte Devices kommen. Ich glaube, 300 Millionen oder so was war dann die Grenze, die sie geschafft haben, was so durch die Presse kursierte. Also es ist schon ein massiver Rollout gewesen, sicherlich auch im Endkundensegment. Und das, was da eben aber auch passiert ist, die Leute haben sich prima durchgeklickt und die Express-Einstellungen genutzt. Weil Microsoft ja mittlerweile auch die Idee hat, wir würden da ganz gerne mal an diesen Daten partizipieren, die generiert werden können. Und das ist sicherlich ein Punkt, für den Microsoft, ich sage jetzt mal, etwas zu Unrecht ins Gesicht geschlagen wurde, denn jeder von den Großen möchte Daten haben. Also da geht kein Android-Device anders, da geht iPhone nicht anders, das ist Google nicht, Facebook nicht. Alle möchten eure Daten, alle möchten wissen, wie ihr euch im Netz bewegt, was ihr tut, wie ihr tippt, wie ihr euch verhaltet, welche Seiten betrachtet werden und, 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 und. Und dass das natürlich interessante Daten sind, da sind wir uns sicherlich ganz klar drüber mittlerweile. Aber ich glaube, der Endkunde, der hat ja gar nicht bei der Anmeldung diese Schaltfläche gesehen, dass man da unten erweitert anklicken kann, für, ich sage mal, individuelle Einstellungen. Und dann kommt noch hinzu, dass es selbst dann nicht alles abschaltet, was nach Hause funkt. Und zu diesem ganzen Thema, Telemetrie ganz abschalten, das ist einmal erstmal überhaupt, dass der Rechner auf regulärer Basis Daten versendet, das könnt ihr nur in der Enterprise-Version komplett deaktivieren. Also solange ihr auf einer Windows 10, OEM, Professional, was auch immer unterwegs seid, könnt ihr diese Datensammlung in einem minimal anonymisierten Paket nur, ich sage jetzt mal, ja, minimals konfigurieren, weil die Stufe ganz aus nur im Enterprise-Umfeld möglich ist. Ein, wie ich finde, ganz nettes Nebenbei-Effekt-Ding ist, der Feedback-Hub. Feedback-Hub nutzt den jemand von euch? Windows 10 Feedback-Hub? Ja, also so klassisch Error-Reporting, wenn man mal merkt, ups, da ist was schiefgelaufen. Man kann das ja mal committen, wie das heutzutage so schön heißt, und einfach mal mitteilen, dass es da Fehler gibt, weil dann muss man sich auch nicht vorwerfen lassen, man hätte nichts dagegen getan, wenn es nicht geändert wird, oder wie auch immer. Und selbst wenn ich quasi ein Feedback senden möchte, muss ich meine Datenschutzerklärung aufweichen und sie auf nicht einfach stellen, sondern sogar auf erweitert. Also da kommen dann auch noch Gerätedaten hinzu und solche Geschichten. Also selbst wenn ihr nett sein wollt und Microsoft sagt, hey, da ist ein Fehler, sagt Microsoft, klar, danke, aber ich nehme auch den Rest mit. Der Feedback-Hub selbst ist die einzige Schnittstelle tatsächlich, um Error-Reporting zu betreiben für Windows 10 und auch Feedback zu geben, wie das so schön heißt. Der Hintergrund ist sicherlich, dass Microsoft keine Webseite gebaut hat für das Thema, um tatsächliche Windows 10 User zu haben, die reporten. Also das ist wahrscheinlich die Logik in der Kette, weil wenn ich eine Webseite baue, könnte ich auch mit Windows 7 sagen, wie schlecht ich Windows 10 finde. Wenn ich aber eine Feedback-Application habe, die nur unter Windows 10 funktioniert, naja, dann muss ich Windows 10 haben, um es reporten zu können. Also das ist so hintenrum, wenn du schon lästern willst, brauchst du auch das System. Das ist in dem Sinne ganz okay. Was ihr vielleicht aber für euer Firmenumfeld braucht und was an der Stelle nötig ist, es gibt von Microsoft einen TechNet-Artikel, der, oh, jetzt ist die Frage, habe ich überhaupt Netz hier? Das hätte ich testen sollen. Moment. Ansonsten ist da ein LAN-Stecker. Vielleicht hast du noch? Ich habe WLAN, glaube ich. Ich glaube, WLAN hat da geschluckt. Okay. Danke. Es gibt einen TechNet-Artikel, der sogar auf Deutsch verfügbar ist, was wie bei jeder Microsoft-Seite oftmals ein Problem verursacht. Da hat er eine Maus angeklickt. M-E-N-Englisch. I-N-U-S, ganz weit unten, oder? In Kyrillisch. Rechts, rechter United States. Da ist er, danke. In diesem Artikel werden sämtliche Produkte genannt, die in irgendeiner Form nach Hause funken. Also nicht nur, ich sage es mal, Bing Weather, Bing Finance, Bing Sport, von denen man ja gemerkt hat, irgendwie kommunizieren die permanent mit dem Netz, sondern aber auch einfache Dinge, die in dieses CEIP gehört, Customer Experience Improvement Program, also dieses, wollen Sie Daten senden, um das Produkt zu verbessern? Diese Checkbox, die ihr bei einigen Produkten kennt. Und es gehören auch dazu Sachen wie eben OneDrive, es gehört natürlich Cortana dazu, die persönliche Assistentin. Und hier ist eine sehr, sehr lange Liste an Konfigurationen und wie man sie denn aber auch zum Glück dann abschalten kann. Und das Interessante oder das Wichtige an der Stelle ist, dass bei der Spalte Group Policy alle Haken an sind. das heißt, wenn ihr tatsächlich eure Systeme kontrollieren wollt im Netz und ihr habt euch überlegt, wir müssen das in irgendeiner Form machen, dann ist sicherlich Gruppenrichtlinien in einem Managed Device in einer Domäne das Mittel zur Wahl. Und ansonsten gäbe es natürlich immer noch Registry Settings und, 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 die das auch können. Aber ihr könnt mit Gruppenrichtlinien den ganzen Schnickschnack austoben und euch da austoben. Und es ist zum Glück so, dass hier alle Produkte genannt werden, die kommunizieren, aber dummerweise auch Dinge abschalten, die eigentlich brauchbar sind. Smart Screen, wer nutzt Smart Screen? Klassische Technik, um eben Downloads zu validieren gegen Microsoft, also wo einfach geprüft wird, kann die Datei malicious code enthalten oder ist sie schon mal aufgefallen als schlechte Software? Das heißt, ich nutze einen Drittanbieter mit einer riesigen Datenbank, der mir Informationen liefern kann, ob jemand anderes das als schlecht reportet hat und ich gewinne dadurch eigentlich Sicherheit. Nur der deutsche Datenschutz sagt an der Stelle, das dürft ihr nicht. Der sagt nämlich, das geht Microsoft verdammt nochmal nichts an, was ihr herunterladet. Und jetzt steht hier in so einem kleinen Gewissenskonflikt zwischen, naja eigentlich ist es okay, wenn ich die Daten sende, weil es mir mehr Sicherheit bringt, auf der anderen Seite haben wir aber den Datenschutz, der da sagt, ja, das geht dir aber nichts an. Und jetzt müsst ihr gucken, ob ihr da eine andere Methode findet, um aus diesem Konflikt herauszukommen. Aber diese Dinge sind eben auch genannt in diesem ganzen Tool und dementsprechend könnt ihr euch da mal einfach durcharbeiten in aller Ruhe mit ein wenig Zeit, man könnte auch Dienstleistung kaufen, einige Kollegen haben das schon vorbereitet und dann sich, nein, es ist einfach nur ein bisschen Zeit, die ihr investieren müsst, das ist ja jetzt mal in Fleißarbeit in drei Stunden erledigt. Ebenfalls wird euch hier nochmal genannt, wie ihr diverse vorinstallierte Produkte wieder deinstallieren könnt und auch loswerdet und, und, und. Also die Liste ist tatsächlich vollständig, sage ich jetzt mal. Und vielleicht nur an einigen Stellen zu diskutieren und das sind so Kleinigkeiten wie Kalender-Up, Mail-Up, Kontakte und, und, und. wenn ihr sie nämlich auf einem Touch-Device verwenden würdet, wäre es blöd, wenn man da die Kommunikation unterbindet. Also auf einem Workstation-PC macht das sicherlich Sinn, weil ich die App sowieso nicht verwende, dann kann ich sie auch gleich deinstallieren, aber vielleicht auf einem Surface oder auf einem Phone, wo ich auch noch eben eine UMTS-Karte drin habe, klassisch, und mit allen Netzen verbunden bin, würde es wahrscheinlich Sinn machen, wenn das System auf die Kontakte zugreifen kann, weil man möchte ja auch vielleicht mal telefonieren. Also von daher müsst ihr vielleicht nochmal ein oder zwei An- und Ausschalter finden, aber Telemetrie, Datenschutz ist sicherlich diese eine große Baustelle, die extrem durchs Netz gehypt ist und wo jeder sich, ja, seine eigene Meinung über die Datenkrake Microsoft gebildet hat. Wie gesagt, ich denke, da ist Microsoft kein Unschuldslamm, aber sie haben es zumindest gesagt, wie man es abschalten kann. Nun, man wird es nicht auf den ersten Google-Versuch finden, wenn man die Liste nicht weiß, dass es sie gibt. Ein weiterer Punkt, der mich ein bisschen irritiert, und das ist jetzt so aus meiner Admin-Sicht heraus, wir haben jahrelang bei Microsoft ein Konzept gehabt, das einen Zusammenhang zwischen der Oberfläche und den administrativen Vorlagen gebaut hat, damit man nämlich die Sachen wiedergefunden hat, die man konfigurieren möchte. Das macht ja Sinn. Und jetzt ist es so, das, was ihr eigentlich konfiguriert, steht hier komplett in den PC-Einstellungen, es gibt komplett neue Überschriften in dem System, und die haben mal freundlicherweise nichts mit dem zu tun, an Kategorien und Überschriften habt. Das heißt, wenn ihr ein aktuelles Windows 10 System administrieren wollt, und ihr wisst, ihr müsst den Bildschirm schon ausschalten, dann ist er immer noch da, wo er immer war. Also unter Systemsteuerung Anpassung. Aber ihr findet halt quasi den Bildschirm schon noch nicht in der PC-Einstellungsgeschichte. Das andere, was sich Microsoft mit dieser, sagen wir mal, Nicht-Anpassung auch gebaut hat, ist, sie haben eine neue Oberfläche gebaut, zum Konfigurieren des Systems. Und diese neue Oberfläche ist natürlich hauptsächlich, oder eigentlich nur aus Gründen von Touch, ins Netz gekommen. Damit ich einfach mit dicken Daumen das Zeug bedienen kann, macht Sinn, bin ich dabei. Dummerweise habe ich einen PC mit einer Maus, da brauche ich es nicht unbedingt, aber grundsätzlich ist das okay. Nur mit dem Umbau in diese neue Art der Konfiguration haben sie wieder Löcher im System geschaffen. Zum Beispiel ein Klassiker, Änderungen der Proxyeinstellungen verhindern. Ihr kennt das vielleicht, dass ihr im LAN gerne mal dem User verbietet, dass er seinen Proxy ändern kann. Damit er einfach immer über den Leitweg geht, den ich haben möchte. Das heißt, er wird in den Internetoptionen hinterher in den Verbindungen LAN-Einstellungen hier die Konfiguration des Proxyservers deaktiviert und ausgeschaltet haben, weil sie halt, wie die Richtlinie sagt, das verbietet. Und wenn der Anwender nicht ganz blöd ist, dann geht er hier auf Netzwerk, auf den Proxyserver und schmeißt den raus. Die Frage ist, ob er dann immer noch rauskommt. Das ist eine ganz andere Frage an dem Sport. Aber wenn sich rumgesprochen hat, dass die Admins über einen anderen Proxysurfen, dessen Name sich dann auch verteilt im Netz, machen wir das mal so und speichern das, dann passiert Folgendes. Proxy, ja gut, jetzt habe ich den Haken reingesetzt und ihn rausgeschmissen. Das war ein bisschen blöd von der Konfiguration. Aber es zeigt halt, obwohl quasi die Richtlinie sagt, das Ändern des Proxyservers ist verboten, kann ich den Proxyserver ändern. Warum? Weil die Richtlinie, sie sperrt nicht den Registry-Key, den man editieren kann, sie sperrt nur in dieser Oberfläche die Konfigurationsseite. Das heißt, mit jeder anderen beliebigen Technik, sei es ein Rack-File, sei es eine Command-Line mit einem Rack-Add-Exe, sobald ich die Registry editieren darf, könnte ich das sowieso auch in einem Windows 7 und 8 und auch XP. Es geht nur darum, dass Richtlinien an ganz vielen Stellen nur die Oberfläche zur Manipulation ausschalten. Und das haben sie wunderbar gemacht über all die Jahre für die ganzen Internetsystemsteuerungseigens und für die neuen ist es noch lange nicht berücksichtigt. Das heißt, da haben wir im Moment eine Diskrepanz im Netz, die wir auch nicht nicht aufgelöst bekommen. Da ist, also, es gibt keine Technik, um die neue PC-Einstellungenseite zu konfigurieren. Ihr kennt das vielleicht aus dem Netz, dass man in der Systemsteuerung alle Systemsteuerungselemente ausschalten konnte per Richtlinie. Hemmungslos, Bums, alle aus. Das könnt ihr heute immer noch machen, PC-Einstellungen sind immer noch da. Alle. Und da müssen wir mal gucken, ob im Laufe der nächsten Builds, statt Service-Packs, so heißen sie ja nicht mehr, da Änderungen kommen. Ob da wirklich was passiert und ob es dann einen Angleich gibt, die Dinge auch mal wiederzufinden. Ebenfalls eine nette Richtlinie, wie ich finde, oder eine nette Änderung, ist das ganze Thema rund um die Windows-Update-Geschichte, die wir zurzeit fahren. Fast-Ring, Slow-Ring, wer muss wann, wie, wo, was, warum kriege ich welche Treiber, welche Updates. Das ist so ein, ich sage mal, ein etwas größerer Sumpf, der nicht so leicht zu handeln ist. So einer meiner privaten Highlights, weil ich sie selber gebraucht habe, ist dieses Wusho-Hide-Diag-Cap. Seid ihr über die schon mal gestolpert? Wenn ihr mit aktuellen Mitteln bestimmte Treiber oder Updates auf eurem System verweigern möchtet, oder müsst sogar, weil sie zu einem Blue Screen führen, dann geht das nicht mit Bordmitteln. Unter Windows 7, Windows XP konnte man ja auf den Windows-Updates einfach sagen, als Endkunde, rechte Maustaste ausblenden, nicht mehr anzeigen, will ihn nicht haben. Unter Windows 10 kommt das Zeug. Konsequent, auf alle Rechner, immer wieder, wenn ihr sie nicht über einen Vesus oder andere Tools konfiguriert, also die Windows-Updates. Das heißt, wenn der Rechner ganz normal an Windows-Update hängt, was, ich sage jetzt mal, 100% aller Endkunden als Problem haben, dann kommt da jedes Mal der Treiber, der einen Blue Screen verursacht. Und dann hat sich Microsoft gedacht, okay, das war vielleicht doch eine doofe Idee. Und sie haben dann mal auf die Schnelle eine Datei rausgeschoben, die eben Windows-Update, Show and Hide, also Zeige und Verstecke, als CAP-Datei aufruft, da ist auch der KB-Artikel dazu. Und wenn ihr den dann startet, das fühlt sich aus quasi wie eine Executable, dann bietet er euch die Liste aller Treiber an, die auf euer System kommen sollen und ihr könnt sie dann klassisch in einem Checkbox- Verfahren an- und ausschalten, will ich sehen, will ich nicht sehen. Also man kann diese Liste endlich nachträglich installieren, nachträglich manipulieren. Und das ist einfach so eine Technik, ich sage es mal so, ich fürchte, der normalsterbliche Endkunde wird das als Datei nicht so schnell finden und auch nicht als Lösung so schnell finden. Geht das nur für Treiber oder auch für wenige Updates? Ne, es sind Treiber. Weil Treiber Blue-Screens verursachen können. Die andere Geschichte ist, wer von euch zum Beispiel die Windows-Updates nicht klassisch über den Vesus verteilt, also dann mit Windows-Update-Servernamen eingeben und dem ganzen Zeug, sondern einfach sagt, ich mache das mit LANDESK oder mit SCCM oder oder, also 1500 verschiedene Tools, die das auch gut können, dann kann euch Folgendes passieren. Ihr kennt vielleicht noch die Richtlinie, die gibt es auch schon seit Jahren. Windows-Update, Zugriff auf alle Bull verweigern oder sowas. Das ist, glaube ich, in der Benutzerkonfiguration, oder? Moment. Administrative Vorlagen. Windows-Update. Zugriff auf alle Windows-Update- Funktionen entfernen. Wenn man die schaltet, führt es dazu, dass selbst ein Administrator nicht auf die Windows-Updates klicken kann mit Schau doch mal ins Internet und vielleicht lade ich mir doch die Treiber-Updates runter. Man sollte lesen, was da steht, nämlich das Supported. Es gilt wirklich nur bis Windows 8.1 und Server 2012. Dieser Schalter gilt nicht für Windows 10. Das heißt, wenn ihr möchtet, dass eure Windows-Updates zu 100% kontrolliert von euch verteilt werden, dann müsst ihr einen Fake-Vesus-Eintrag setzen. Weil solange ihr nicht, ich sage es mal, einen gemogelten Vesus-Server an den Client verteilt, kann der User auch bei dieser gesetzten Richtlinie, ach, der hat sogar ein Update gefunden, okay, danke, der kann dann hier auf den Schalter klicken, nach Updates suchen. Und obwohl der Rechner in der Domäne ist und sogar als Benutzer sucht er dann bei Windows-Update im Internet nach den Updates. Und das kann in einigen Segmenten vielleicht doch zu viel anführen, weil bestimmte Sicherheitspatche noch nicht angewendet sollen zum heutigen Zeitpunkt oder weil bestimmte Treiber-Updates einfach noch nicht freigegeben sind und, 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 und. Also das ist auch so ein ziemlich, sagen wir mal, ärgerliches Konstrukt, das so um diese Windows-Updates sich herumspielt, wo ich dann auch so ein bisschen denke, naja gut, dann trage ich halt einen nicht existenten Vesus-Server ein und wenn er dann halt nach Updates sucht und einen nicht existenten Server fragt, dann kann da nichts passieren. Aber das ist wieder so hintenrum gelöst. Ich kriege es nicht nativ gesteuert. Und das sind alles so Punkte, die an der Stelle sehr, sehr ärgerlich sind. Wo wir von Updates reden und Patchen, die ich vielleicht nicht haben möchte. Also gerade die letzten acht Wochen waren spannend. die Infrastruktur-Desaster, naja, so schlimm war es jetzt nicht, aber tatsächlich hat Microsoft nach 17 Jahren Active Directory das erste Mal den grundsätzlichen Prozess der Gruppenrichtlinienübernahme verändert. Die haben an den Grundfesten des Systems was geändert. Das haben die nie gemacht vorher. Nie. Und jetzt auf einmal hauen die einen Patch raus und jeder wundert sich, warum Richtlinien für Benutzer, die man auf Sicherheitsgruppen gefiltert hat, nicht mehr anwenden kann. Weil jetzt der Computer, an dem man sich anmeldet, die Richtlinie lesen muss. Es waren Richtlinien, also Patche dabei wie WPAT. Das war ein WPAT-Update, was sie rausgegeben haben, was dazu führte, dass NetBios Broadcasts nicht mehr in weitere Netze gebracht wurde. Führte dazu, dass diverse Scan-to-UNC-Geräte im Netzwerk lahmgelegt wurden. Ich weiß nicht, ob ihr drüber gestolpert seid. Einige meiner Kollegen hatten das. Dann die 87. Jetzt kommt dieses ganze Druckermanagement, Webparteidrucker von euch im AD. Weil die User das nicht können. Die können da nicht. Ich weiß. Ich würde es sein lassen. Ich würde das die User selber machen lassen, aber ist egal. Ist ja euer Sport. Was macht Microsoft? Sie bringen einen Security-Patch raus, der dazu führt, dass nur noch sogenannte Packaged-Driver quasi unattended deployed werden können. Wenn der Treiber nicht einer bestimmten Paketform entspricht, was bei sehr vielen Kanon-Druckern und anderen auch passiert ist, von denen ich es weiß, dann lässt er sich nicht mehr unattended installieren. Der schiebt sich raus mit einer Fehlermeldung, mit einem großen Pop-up-Fenster für den User. Das heißt, ihr könnt den nicht mehr mit einer Deployment-Technik hintenrum dem User unterschieben. Und solche Sachen sind passiert. Dann, Nils hat es glaube ich auch angesprochen, das anniversary update mit dem schönen Bitlocker-Problem. Auf einmal macht es Knickknack und die Bitlocker-Verschlüsselung, ich glaube, das war das TPM-Owner- Kennwort, was sich versenkt hatte. Und dann standen alle Leute vor dir und wollten das Wiederherstellungskennwort haben. Das Schöne an der Geschichte ist eigentlich, sie haben einen Patch dafür gebaut, den man aber erst anwenden kann, wenn man 1607 installiert hat. Ich stelle mir gerade ein Enterprise-Umfeld vor, mit 1500 Rechnern installiert. Alle kriegen das 1607, jeder von denen ruft mich an und braucht erstmal den Wiederherstellungsschlüssel, damit der Rechner wieder startet. Und wenn der dann wieder startet, schiebe ich den Patch hinterher, damit er mich nicht mehr fragt. Das ist ein Szenario, mit dem ich leben kann. Unvorstellbar. Ja, dann hauen sie einen Patch raus, den nächsten jetzt gerade wieder aktuell und machen damit die PowerShell kaputt. So, okay. Kann ich gut mit leben. PowerShell ist jetzt nicht meins. Aber ich habe im Moment das Gefühl einfach, dass das, was im Moment an Patchen kommt und das, was da im Moment gemacht wird, nicht mehr so vertrauenswürdig ist, wie es vielleicht vor drei oder vier Jahren war, wo man einfach Windows-Updates, alle Updates runtergeladen, Klick raus, Bums geht, ohne Testgruppe, hat immer funktioniert. Und das haben viele Kunden irgendwann auch gemerkt, weil sie gesagt haben, wir haben das jetzt immer wieder getestet, auf eine Testgruppe und nichts, was passiert, das tut es einfach. Gerade, ich sage mal, klassisch Office-Umfeld. Hier, Windows-Rechner, ein bisschen Office drauf, .NET Framework, Internet Explorer, tut es die Hütte. Wenn irgendwelche Sonderlocken drin waren, gab es vielleicht doch mal Probleme, aber die Masse der Leute konnte mit Vesos, mit Windows-Updates heutzutage simpel umgehen, ohne Stress. Und im Moment, vielleicht so das letzte Jahr, die letzten anderthalb Jahre, da findet man jeden Monat wieder ein Highlight dazwischen. Es kommen zehn Patchen und einer ist Mist. Und das ist so das, was eben auch mit Windows 10 im Moment vielleicht nicht so schön ist. Ich konnte es mir nicht verkneifen, aber wenn wir von Windows 10 reden, müssen wir vielleicht eben einmal über Windows Phone reden. Okay, ist ja auch nur ein Prozent, reicht ja einmal, wenn wir darüber gesprochen haben. Nur um, wer hat hier im Raum Windows Phone? Ihr seid Freaks. Also wenn ihr das eine Prozent seid, unglaublich. ich finde es traurig, aber ich kann es nicht ändern und ich werde es auch nicht verändern können. Ich persönlich hänge an den Apps und so geht es glaube ich allen Leuten, die mit irgendeiner Form von Telefon unterwegs sind. Das Betriebssystem ist nicht mehr das Hauptkriterium und die Hardware schon lange nicht. Also wenn ich in einer bestimmten Preisklasse Telefon kaufe, kriege ich Bombenhardware. Wenn ich nur 200 Euro ausgebe, dann ist es halt älter. Aber die Apps sind das, an denen wir zurzeit hängen. Und selbst große Hersteller wie die Bahn und andere halten es nicht für notwendig, ihre Apps, ich sage es mal, so weit zu bringen, wie sie unter Android und iPhone sind oder Apple sind. Und dementsprechend ist das System eigentlich gestorben aufgrund der nicht vorhandenen Softwareentwicklung. Was man hätte ändern können, keine Ahnung, ich bin kein Softwareentwickler. Vielleicht hätte man es besser publizieren können, man hätte auch vielleicht an einigen Stellen mit seinen Partnern anders reden können, dass die viel mehr Software bauen. Aber es wurde versäumt, jetzt haben sie es versenkt, mein Gott, ich kann damit leben. Edge, fürchte ich, kann eine ähnliche Geschichte bekommen wie Phone. Jetzt seit 1607 haben wir Plugins. Zehn Stück. Zwölf. Sechzehn. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf der Liste wart, der Erweiterung von Edge. AD-Block ist drin, das kennt man. Die anderen kenne ich gar nicht. Aber egal. Es gibt jetzt welche. Aber es ist auch da wieder genau der Punkt, wenn ich einen neuen Browser ins System schicken möchte, dann sollte ich vielleicht auch dafür Sorge tragen, dass meine eigenen Webseiten auch alle Edge-tauglich sind. Windows Update-Katalog. Immer noch ActiveX. Und, und, und. Die Homepage von Edge wurde erst mit der Windows-Version 15.11, also dem November-Update, administrierbar. Und ein Punkt, den ich mir nicht verkneifen kann, ist, wenn man mal geschaut hat, wo die Registry quasi den, den, mein Gott, abgelegt hat für Edge, dann war das dieser Registry-Pfad. und der Registry-Key und der Registry-Key unterm Strich, ich mach mal den größer. Der Registry-Key hieß wirklich irgendwas, bla, 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 Microsoft Edge und dann Protected. It's a violation of Windows Policy to modify C-AK-MS Policy. Das war wirklich der Registry-Key. Das war der Schlüssel. Komplett. Und wenn man dann auf die AK-Browser-Policy gegangen ist, na, danke, dann wurde einem tatsächlich auch erklärt, oder wird einem tatsächlich auch noch erklärt, warum das so ist. Der Browser, äh, Moment, da ist es gerade nicht. Es gibt irgendwo die Stelle in dem Text, die da lautet, dass der Browser geschützt werden muss vor Manipulation. Und das heißt, es darf keine automatisierte Technik geben, die ihm hintenrum eine neue Startseite mitgibt. Ihr kennt das alles von der Ask-Toolbar, von Search, also dem ganzen Schmutz, den man nicht will. Alles, was diese Tools machen, ist, über irgendwelche Skripte, Registry-Hacks oder Executables die Homepage zu manipulieren, damit die erste Startseite, ja, die ist, die ihr nicht wollt. Also hat Microsoft sich überlegt, das ist eine Bombenidee. Nur, wenn der Benutzer selbst über Edge, über dessen API den Registry-Key schreibt, dann wird der Prozent-User-Name-Prozent noch mit reingewürfelt in einen riesen Rec-Binary. Dann war das wohl eine bewusste Aktion des Benutzers und er wollte das. Sobald dieser Registry-Key über eine andere Technik geschrieben wird, ignoriert Edge den Eintrag. Ich finde das tatsächlich gut. Also wenn ich überlege, kennt ihr das, ihr kommt nach Hause zu eurem Papa und Ask ist schon wieder installiert? Ihr wart gerade noch da, es ist weg, dann geht man, dreht man sich nur um und es ist... Entschuldigung, Papa. Es ist gar nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Aber es ist einfach so eine Problematik, die eben zeigt, es könnte manipuliert worden sein. Und das System kann ja nicht bewerten, ob ich ein Registry-Hack reinschiebe über eine Gruppenrichtlinie, die ja auch nur ein Rec-Hack macht oder ob der irgendwie anders reingekommen ist. Es haben sich aber wahnsinnig viele Firmen beschwert, weil sie gesagt haben, hey, hallo, also Homepage ist unser Intranet und das muss geändert werden können und jetzt mit 16.11 geht es, allerdings, wichtige Änderungen, auf Maschinenebene. Maschinenebene. Das heißt, der Homepage-Eintrag landet jetzt unter htlocalmachine. Was dazu führt, das ist so ein bisschen Zugeständnis, naja, wenn es da landet, muss es jemand geschrieben haben mit administrativen Rechten. Das ist kein hundertprozentiges Absicherungsding, weil wenn jemand einen Installer startet mit einer UAC elevated, dann, ja, es hat sich nicht viel geändert, aber es ist zumindest so der erste Step. Es braucht zumindest einen UAC oder einen Admin-Task und es geht jetzt auf Maschinenebene. Das heißt, es ist da ein bisschen was zu machen. Naja, Suchanbieter können wir gar nicht manipulieren, aber das konnten wir auch im Internet Explorer auch nicht, von daher kann ich damit leben. Windows 10 Killer Features, ist das geil? Habt ihr mal geguckt, was mit Anniversary richtig Cooles gekommen ist? Ihr kriegt Windows Inc. Malen auf dem System und ich denke so, ja, ich bin die Zielgruppe und ich kriege, warte, kommt noch besser, ich kriege Linux Bash auf, what the, das braucht kein Mensch, Quatsch. Okay, es stimmt, ich gebe zu, Sie brauchen die Linux Bash, weil Sie ja mit Ihren Windows Updates die PowerShell selber kaputt machen. Wer kommt auf solche Ideen? Gut, ja? Ok, bist schon länger dabei. Der erste Tablet-PC wurde uns 2002, glaube ich, von Acer vorgestellt. Da ist Bill damals ganz stolz durch Redmond gelaufen und hat so einen Drehdeckel-Club gezeigt, einen Prototypen. Heute nutzt, wie wir in der Keynote gelernt haben, iPhone-User, die mit dem Video verhalten. Nein, schaut es euch nochmal an, aber es sind so ein paar Features jetzt gekommen mit Windows 10, wo ich denke, wenn man ein Tablet hat. Ok, das ganze System, ich glaube, Enterprise ist gar nicht im Moment der Fokus, das ist gar nicht die Zielgruppe. Es geht um den Endkunden, es geht um Bund, es geht um Touchy, also alles das, was man in der Firma nicht will, machen die gerade ganz groß. Es muss ja irgendwann mal kommen, vielleicht sind wir dann dabei. Dinge, über die ich mich immer aufrege, Startmenü, Suche, Cortana, und ich merke gerade, ich renne komplett aus der Zeit raus. Ich klicke mal schneller durch, nur, dass wir die Überschriften hatten. Ich muss ja noch auf 10 kommen. So Dinge wie Do Not Search Web, also, dass ich ihm verbieten kann, im Startmenü im Web zu suchen. Das gibt es als Richtlinie, also Do Not Search Web. Funktioniert aber nur im Enterprise. Das heißt, in Professional könnt ihr es nicht kontrollieren, es sei denn, ihr schaltet die Windows-Suche über die Firewall als Outgoing-Regel ab. Also, ihr verbietet das nach draußen gehen damit. Dann kriegt ihr aber einen Verbindungsfehler. Und so Dinge, die mich einfach irritieren, ist, dass die Windows-Suche, wenn ich hier nach WTF suche, mein Dokument nicht findet. Weil es findet es erst, wenn ich hier auf die Dokumentensuche gehe. Was soll denn der Schwachsinn? Ich möchte meine Dokumente suchen. Und das ist einer der Gründe, warum ich immer noch zu den Leuten gehöre, die die Classic Shell installieren. So, da ist mein Dokument. Es ist doch einfach nur suchen und finden. Wobei ich ja persönlich der Meinung bin, die Windows-Suche heißt Windows-Suche, weil sie suchen kann. Der Apple-Finder heißt Finder, weil er Das Ding mit der Suche, das ist so wie, ihr kennt das vielleicht auch, also ich hörte von Leuten, denen das passiert, so Kühlschranktür auf, Schatz, wo ist die Butter? Das ist so ähnlich. Und diese Suche kriegt Microsoft seit Windows 8 nicht in den Griff. Es ist traurig, aber gute Nachrichten, die Hier ist die Grenze für die Kamera. Die Classic Shell als Freeware Open Source, also von Sourceforge bereitgestellt, bietet euch mittlerweile 250 Richtlinien, der das Ding komplett customizable ist. Also wenn ihr ein Enterprise-Argument braucht, warum ihr Classic Shell nutzen solltet, statt der Windows Shell, sagt ihr, weil ich 250 Richtlinien für den Mist habe. Es sind andere Dinge drin, dass man das Startmenü nicht sauber konfigurieren kann, also gut, man muss es exportieren und wieder importieren. Der ganze Öffnen mit Sport, so lange habe ich noch, das ist schön. Das ganze Öffnen mit geht nur XML und, und, und. Also es sind einfach Dinge drin, wo ich denke, das sind Grundfunktionen in dem System, die sie irgendwie versenkt haben und die mich als Administrator einfach dazu bringen, dass ich nicht mehr mit simplen, ich sage jetzt mal, Registry-Hacks, ein bisschen File-Copy-Schnick-Schnack, so, sondern nein, ich muss jetzt auf einmal wieder Konfigurationsdateien basteln, bauen, exportieren, importieren, das ganze Zinnober bauen und dann überlegen, bei jedem Start, bei jedem Neustart nur einmal, mache ich es im Deployment oder regelmäßig alle 30 Minuten. Es ist, ich finde es sehr lästig und das ist sicherlich auch ein Punkt, den ich Windows 10 vorwerfe. Sie haben eine Riesenbaustelle aufgemacht mit einer neuen Oberfläche, mit neuen Touch-Möglichkeiten, mit allem drum und dran, was dazu gehört. Das ist richtig viel Arbeit für die, aber sie haben Grundfunktionen des Systems meiner Meinung nach vermissen lassen. Wisst ihr bei der Windows 10 aktuell, wo der Bildschirmschoner ist in der GUI? Der Klassiker ist ja immer, man hat so rechte Maustaste anpassen anpassen und dann war der immer sichtbar und jetzt ist er unter Sperrbildschirm und wenn man dann weit nach unten scrollt, gibt es die Einstellung für den Bildschirmschoner und den Bildschirmschoner Timeout. Ich finde das nicht intuitiv und vor allen Dingen hätte ich es nicht zwingend unter Sperrbildschirm erwartet, weil für mich jetzt, wahrscheinlich, weil ich zu lange in dem Sport administriere, der Sperrbildschirm halt das Ding vorne auf der Seite ist und nicht generell die Sperrung des Systems. Spätere Generationen, die nach uns kommen, werden wahrscheinlich die Assoziation leichter haben. Da sind wir vielleicht einfach mit dem Leid geschlagen, dass wir zu lange in dem Sport sind. Aber es ist halt nicht mehr so leicht, leicht, naja, nicht an den alten bekannten Stellen da. Ich glaube, das ist eher das Problem. Es ist nicht unbedingt kaputt oder falsch, aber es ist unangenehm. Grundsätzlich, damit ich es noch mit reinkriege, wir haben natürlich immer schon ein Problem oder ein Feature, eine Feature-Differenz gehabt natürlich zwischen Enterprise und Professional. Ich möchte natürlich mein besseres, teureres Produkt auch verkaufen, dafür brauche ich Argumente und da sind dann eben immer mal wieder Differenzen drin und das wird natürlich auch mehr werden. Das heißt, ich denke mal, mit den nächsten Builds, die da kommen, werden die Differenzen zwischen Professional und Enterprise größer werden. Aktuell gibt es eine Liste von knapp zehn, elf Richtlinien. Ich habe mal so die bekanntesten reingeschmissen, die man kennt. Ansonsten könnt ihr euch hier hinterher auf dem Link nochmal nachschauen. Also die Folien werden ja eben irgendwie wieder bereitgestellt, denke ich. Dann habe ich nochmal die Liste der ganzen Dinger. Also es sind halt jetzt schon ein paar Kleinigkeiten drin, die nice to have wären, wie eben klassisch Store deaktivieren. Also ich fände es schon gut, wenn ich in einem Firmenumfeld den Store erstmal deaktiviere, solange ich ihn nicht nutze, solange ich keinen Company Store einrichte und solange ich nicht die Apps kontrolliere, die auf den Geräten landen. Und dieser Registry Key funktioniert nur in der Enterprise-Version. In der Professional läuft er ins Leere. Bei der Professional müsst ihr wieder die Store-App in der Firewall blockieren oder die Store-App komplett deinstallieren. Und als letzter Punkt, den muss ich mir quasi von meiner Seite aus noch unterbringen, es gibt sicherlich zurzeit, das ist kein reines Windows 10 Problem, aber es gibt zurzeit, glaube ich, eine sehr große Verwirrung, mit welchem Werkzeug wirklich heutzutage, welches System wie auch immer manipulieren muss. Und da gibt es zum Glück seit kurzer Zeit, also sprich seit März diesen Jahres, eine Aussage von Microsoft selbst, der da einfach lautet, Group Policy is the best way to granularly configure Domain-Joint-Windows-PCs, Punkt, so ungefähr. Das heißt, Gruppenrichtlinien, auch wenn wir mittlerweile Legacy sind und nicht mehr so publik, weil alle jetzt SCCM machen und Intune und Mobile Device Management und, und, und. Aber Gruppenrichtlinien werden das Werkzeug bleiben, was hausintern zu nutzen ist. Und damit bin ich auch durch. Schönen Abend.